Notruf 112, die Twila. Was war das Problem, lade ich euch nach dem Intro. Und damit ein wunderschön herrliches Willkommen. Ich schieb mich mal hier hin und Notruf 112, die Twila, wir gehen auf privates Spiel und gehen auch weiter. Sound ist heute aus Verladung, ach Sound ist uns eigentlich auch erstmal ideal wie sonst was. So, ich muss erstmal hier meinen Sound ein bisschen leiser machen. Wo ist denn eigentlich hier meine Maus? Ähm, Maus ist weg. Okay, dann warten wir mal kurz auf den ersten Einsatz und dann geht er auch los. So, jetzt geht's mal kurz. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Leute, wir haben einen Einsatz. Da ist nichts, wen spiele ich denn da gerade überhaupt? Okay, ich bin ein und schließen und dann auf die. Oh, kein Auto brandt. So, wir gehen erstmal auf Einfluss von der Lüge. Und nun absichern, Ortsbegebenstraße, absichern, ähm, Patrick, Ton, ähm. So, jetzt nur noch fest da unten alles weg. So, aber in dem Sinne sage ich einfach mal, macht gut. Und, ähm, das war wieder eine sehr interessante Folge. Okay. Interessante Folge von Notruf112, die Feuerwehr-Simulation. Heute irgendwie die Feuerwehr macht mal wieder nicht so mit, wie echt sein soll. Und damit macht gut, bleibt gesund. Wir sehen uns das nächste Mal hier wieder auf meinem Kanal. Schönen Tag. Tschüss.